Hallo, mein Name ist Christian und in diesem Video zeige ich euch, wie ihr mit einfachen Mitteln eure Sneaker wieder strahlend weiß bekommt. Bleibt dran, gleich geht's los! Und alles, was ihr dazu braucht, sind Backpulver, Spülmittel und eine alte Zahnbürste. Das Backpulver hilft, Flecken zu lösen und die Schuhe aufzuhellen. Das Spülmittel bevorzugt Farbloses, entfernt Schmutz- und Fettrückstände von deinen Schuhen. Mit einer alten, handelsüblichen Zahnbürste geben wir gleich unsere Reinigungspaste auf den Schuh. Ihr könnt alternativ auch einen Schwamm dafür hernehmen. Als erstes stellen wir unsere Reinigungspaste im Verhältnis 1 zu 1 her. Auf ca. 2 Esslöffel Backpulver folgen nun 2 Esslöffel unseres farblosen Spülmittels. Nun verrührt das Ganze, bis die Masse eine schaumige Konsistenz erreicht. So fertig, das sollte reichen. Unsere Reinigungspaste ist angerührt. Schauen wir uns den Schuh vor der Reinigung noch einmal an. Jetzt nehmen wir unsere Zahnbürste oder unseren Schwamm und tragen die Reinigungspaste auf unseren Schuh auf. Das Ganze lassen wir jetzt etwas einwirken. Jetzt nehmen wir einen feuchten Lappen und reiben die Reinigungspaste und den gelösten Schmutz vom Schuh. Das Ergebnis kann sich echt sehen lassen. Strahlend weiße Schuhe.